Da habe ich eine richtige Abschussrampe. Und dann... Den ersten Zug habe ich mit ganz leichter Unterstützung. Den zweiten Zug auch. Und den dritten ist noch unglaublich, ob der geht. Also das ist für den Halbfinale genau richtig. Ich schaffe jeden Zug gerade so nicht. Schaden. Ja, jetzt ist die Frage, ob das sozusagen... Also der erste Zug. Und ob der ein kleines Ticken zu schwer ist. Aber vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es genau richtig. Vielleicht können wir uns schon was suchen, wo wir unter diesen schwarzen drunter schieben können. Dass der so ein bisschen positiver wird. Das ist so hart. Das ist so hart. Das ist so hart. Das ist wieder ein Daumen nicht. Was denkst du über den nächsten Schritt? Der Kick-Out? Ja, es sieht schwer. Es sieht gut, die Intensität. Ich war zu schnell. Das ist Robert-Tonny. Ich werde versuchen, hier zu sein. Oh, du willst diesen 90 degree? Ja. Reimnageln, Robert. Der Kick-Out! Ja, ich lege! Ja, ich lege! Ich bin so schön, dass ich hier bin. Ich bin so schön, dass ich hier bin. Hallo! 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 Ich sehe aus, ich bin so. Hallo! 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 Vielen Dank.